Willkommen, das ist Machalke. Ein Machalke Sofa, wie man es sich vorstellt. Soft-Kubismus, Soft-Sitz und los Rückenkissen. Hallo, willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt, profischnapp.de. Ihr Online-Outlet für Markensofas präsentiert Ihnen hier ein Kundenstornhof. Dieses Sofa hat ein Kunde bestellt und dann vor Auslieferung storniert. Das heißt, das Sofa hat das Werk nie verlassen. Sie sitzen hier mittelfest, mittelsoft. Sie haben lose Rückenkissen mit dem Ziehband, wie immer bei Tommy M. Mit dem kann man es fixieren. Sie haben auch einen losen Sitz. Nein, der ist festgenäht. Der ist nicht lose, so kann er nicht verrutschen. Und Sie haben hier eine offene Naht, eine doppelte offene Biese. Und damit haben Sie den Soft-Charakter, das Sofa wirkt locker, leger. Und Sie haben hier ein Noblesse-Leder in Tobacco. Ein Anilin-Leder mit einem sehr, sehr weichen Griff. Schauen Sie bei Tommy M. unter Tommy M. unter Leder, Arten, Noblesse-Leder, Handschuhweich. Für alle, die kein Leder lieben, das ist das Leder. Das Sofa ist 2,42 Meter lang, sodass Sie auch wunderbar drauf liegen können. Und es ist unheimlich gut zu kombinieren. Es wird gleich durch die hohen Füße. Es ist ein absolutes Profi-Schnäppchen. Schnappen Sie zu. Dankeschön und Tschüss.